hallo und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal mein name ist yolanda james meine themen sind schnittmuster design schnittmuster konstruktion und schnittmuster design für individuelle mode die gestaltung von individueller mode heute ist es ein bisschen ungewöhnliches thema es geht nicht direkt um schnittmuster konstruktion sondern einfach eher mehr ein bisschen mich kennenzulernen so mir ist beim viele youtube videos aufgefallen das thema home office und heute geht es in meinem video home office das thema home office was mir aufgefallen ist bei dem video ist ich merke so die home offices die sie die sind so perfekt die sind so super toll eingerichtet und als ob das eigentlich so ein disneyland studio ist und ich wundere mich manchmal sagte ist das wirklich so wenn man jeden tag arbeitet in einem in einem office kann das wirklich so aussehen ja vielleicht doch ich bin manchmal auch ein bisschen neidisch so aber deshalb wollte ich einfach mal ein bisschen mein home office zeigen und hoffentlich dass das nicht sehr peinlich wird home office ist für mich eigentlich kein neues thema es gibt zurzeit irgendwie seit 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 frühjahr seit anfang des jahres ein absolutes hype um das thema home office als ob das irgendwie was total neues ist also ich denke für viele intrapreneur viele kleine selbständige soloselbständige ist das für den eigentlich alltag wie für mich auch ich habe meine schnittdesign und nähschule mein studio mein 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 werkstatt das ist halt alles in einem aber ich habe seitdem ich selbstständig bin meine home office das ist zu hause habe ich meine ganzen organisation alles was mit bürokratie alles computermäßig online und solche sachen mache ich halt in meinem home office und es ist für mich mein home office ist für mich eigentlich feste bestandteil meines unternehmen mein 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 business so ja ich zeige euch einfach ein bisschen wie das halt so bei mir aussieht also steht so von fenster aus sieht das auch so aus ich habe natürlich mehr pc wahrscheinlich kennt auch viele das auch schon so so hier bin ich an mein schreibtisch ich hoffe ich habe alles schon alles drin ja genau also ist es es gibt eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen also home office ist halt oben auf bis man arbeitet halt daran daran so ich bin jetzt hier gerade an meine die vorbereitung von meine online kurse und das ist sozusagen ein kleines ebook die zusammengestellt haben für die teilnehmer für den für den online kurs ja eine meine neueste projekte wie ich in einem anderen video schon erzählt habe ist die online kurse die ich gestalte ich führe natürlich schon seit vielen jahren erfolgreich die schnittdesign und nicht in hamburg aber es sind auch viele viele teilnehmer die außerhalb deutschland außerhalb hamburg sind die gerne an dem kurs teilnehmen möchte weil ich darauf spezialisierte auf schnittmuster konstruktion spezialisiert habe und ich höre immer wieder also hast du eine kleine nische gefunden und das machen auch nicht so viele und ich möchte gerne das lernen und so kann natürlich auch die teilnehmer von außerhalb an dem schnitt musste design kurse teilnehmen und da ist schon mein whiteboard wir machen das mit zoom und daher ist es ja ganz ganz gut dass das zu machen online kurse genau ok so viel wie es heute gibt so viel schnitt aus der film wie es heute gibt abonnet 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 so ich hoffe euch hat den das kleine video gefallen das war mein beitrag zum home office und ich freue mich natürlich dass ihr beim nächsten wieder dabei seid abonniere meinen kanal ich freue mich darauf erzähle einfach wie hat euch das video gefallen was gefällt euch an das das video oder überhaupt an meinen anderen videos was würdet ihr ganz gerne sehen wie ihr wisst meine themen sind schnittmuster design schnittmuster konstruktion und die gestaltung für individuelle mode ich freue mich dass ihr nächstes mal dabei sein mein name ist yolanda james bis bald